Wir melden uns wieder morgen zu den angekündigten Sendezeiten. Die Redaktion der Tagesschau wünscht allen Zuschauern in Ost und West ein friedliches Weihnachtsfest. Die Tagesschau meldet sich wieder um 22.50 Uhr. Redaktion und Mitarbeiter wünschen Ihnen, meine Damen und Herren, ein frohes und friedliches Weihnachtsfest. Die Tagesschau meldet sich wieder um 22.40 Uhr. Ihnen allen einen schönen Heiligabend und friedvolle Weihnachtstage. Die Tagesschau meldet sich wieder um 0.30 Uhr. Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Die Tagesschau meldet sich wieder um 0.20 Uhr. Wir wünschen Ihnen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest. Die Tagesschau meldet sich wieder um 21.45 Uhr. Wir wünschen Ihnen ein frohes, friedliches und erholsames Weihnachtsfest. Trotz aller Einschränkungen. Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und Ihre Nächsten. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 23.15 Uhr. Das gesamte Team wünscht Ihnen einen schönen Heiligabend.